Willkommen zurück zu einem neuen Video von Putnakana Olikinzi. Wir müssen noch mal über das Einkaufen sprechen. Ich lese immer wieder die Kommentare, dass Leute im Hotel sind und die Sachen doch ein bisschen teuer sind, so was wie zum Beispiel Windeln, Sonnencreme, Backspray, also Moskitospray und sie nicht wissen wo sie es besser oder wo sie es günstiger kaufen können. Wir haben hier ein paar Supermärkte, aber das Video heute geht auch darum erstmal natürlich was ihr braucht und wo es das gibt, aber auch welcher Supermarkt für euch am nächsten ist. Dazu werden wir gleich Google Maps aufrufen und dann zeige ich euch welches Hotel wohin. Alles klar, los geht's. Ja Strand, Strand und noch mehr Strand, deswegen kommt ihr alle her. Was ihr hier seht ist der Osten der Dominikanischen Republik, also von Cap Cana, Punta Cana, Cabeza de Toro, Bavaro bis hoch nach Uvero Alto und wir fangen an oben von Uvero Alto, die leider keinen eigenen Supermarkt haben. Deswegen geben wir jetzt mal ein, der nächste, der da ist, ist der Iberia Supermarkt, der ist hier bei uns im Bavaro und den findet man, wenn man bei Google sucht, Plaza Tres Center oder Iberia. Da kommt dann noch das Gym mit dazu, da ist ein Fitnessclub gleich in der Nähe und deswegen wird es da zusammen angezeigt. Ja, von Uvero Alto aus ist es am weitesten. Man fährt die Autobahn hinunter, wieder zurück nach Bavaro und eigentlich der offizielle Weg geht an der Ampel vorbei, dann rechts Friusa, da steht man wirklich oft im Stau, dann wieder hoch auf der anderen Seite, bis man beim Supermarkt ist. Es gibt einen kleinen Shortcut, eine kleine Schotterpiste, die man direkt runterfahren kann von der Autobahn und dann ist man direkt am Iberia Supermarkt. Das Soltri Agua ist am weitesten weg von allen Hotels noch, weil es wird schon in Bacama gebaut. Ist das erste oder das letzte Hotel in Uvero Alto, von da aus braucht man natürlich am längsten. Wenn ihr oben in die Leiste guckt, da könnt ihr sehen, wie viele Kilometer das sind, wie lange ihr fahrt ungefähr mit einem Taxi. Das nächste ist dann das Exzellenz Punta Cana, gefolgt vom Sirenes. Neben dem Sirenes ist es eine Apartmentanlage, die haben oben an der Straße auch einen kleinen Supermarkt und unten haben sie das Restaurant Castaways. Wer also mal was anderes essen möchte, der kann da gerne auch hingehen. Und dann kommt auch gleich das Exzellenz El Carmen. Das hat auch noch einen Adults Only Teil, ein Teil nur für Erwachsene, der heißt The Finest, ist aber die gleiche Einfahrt, also der gleiche Weg für euch zum Supermarkt. Ja, dann kommt erst mal eine Baustelle und danach kommt das Breastless. Breastless ist auch ein Adults Only Hotel. Nach dem Breastless kommt das Life Agua, auch ein kleines Hotel, nur für Erwachsene. Das Jewels, was früher das Dreams Punta Cana war, ist jetzt das Jewels Punta Cana. Wir sind immer noch in Overo Alto. Also die Gegend, wo ihr am weitesten zum Supermarkt fahren müsst. Dreams Onyx. Das Nickelodeon ist auch in Overo Alto. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Nickelodeon. Ja, und dann kommt das Royalton Chick. Das ist an der Kurve. Wir sind immer noch in Overo Alto. Nur noch mal zur Info hier in der Leiste seht ihr die Minuten, wie ihr beim Autofahren braucht, aber auch wie lange ihr laufen würde. Das ist interessanter, wenn ihr ein bisschen näher dran seid. Das Ocean Effaro ist das letzte Hotel in Overo Alto. Danach kommt das Dreams Macao Beach. Das habe ich leider vergessen, auf der Karte euch anzuzeigen. Und vom Dreams aus ist dann das nächste, das Hardrock Hotel. Arena Gorda. Also Overo Alto, Macao, Arena Gorda mit dem Hardrock Hotel als erstes. Ja, vom Hardrock sind es immer noch 14 Minuten bis zum Supermarkt Iberia, wenn man die offizielle Strecke fährt. Gleich neben dem Hardrock ist das Rio Republica. Dann kommt Occidental Caribe. Occidental Caribe liegt dann direkt neben dem Royalton Punta Cana und dem Royalton Splash. Vom Royalton Splash ist es dann nicht mehr weit zur Majestic Gruppe. Majestic Gruppe ist Majestic Colonial, Majestic Eleganz und Majestic Mirage. Das ist alles eine Einfahrt. Das ist alles die gleiche Zeit. Und daneben liegt dann noch das Royalton Bavaro. Das nächste in Richtung Supermarkt ist das Gran Bahia. Da gibt es ganz viele Hotels zu. Das Bahia Bavaro, Bahia Punta Cana, Bahia Esmeralda, Bahia Amba, Bahia Fantasia und Aquamarine. Innen drin gibt es auch noch Clubs. Haben aber alle eine Einfahrt und deswegen eine Zeit zum Supermarkt. Das gleiche gilt für das Rio. Die haben alle eine Einfahrt. Rio Punta Cana, Rio Bamboo. Dann kommt das Rio Palas Macao, Rio Naibo, Rio Palas Bavaro. Iberia auch. Iberia fängt an mit dem Iberia Dominicana, Iberia Punta Cana, Iberia Bavaro. Das ist Bavaro Level, glaube ich, heißt es jetzt. Und Coral Level und Bavaro, schlagt mich tot, Selection. Dann kommt noch das Adults Only, das Iberia Star Bavaro Grand. Jetzt sind wir schon am Ocean Blue, Ocean Blue and Sands. Das liegt daneben. Und das Vic Arena Blanca. Und dann kommt Punta Cana Princess. Punta Cana Princess. Dann haben wir Caribe Club Princess. Heißt jetzt Deluxe Caribe Club und Tropical Princess. Das Hotel daneben ist noch geschlossen. Das Paradisus Punta Cana. Das wird abgerissen, umgebaut, neu gemacht. Egal, ist zu, ist im Augenblick keiner. Und dann kommt Bavaro Princess. Gran Bavaro Princess. Gefolgt vom Occidental Punta Cana. Und jetzt wird es langsam interessant. Wir kommen zum Palladium Resort. Die haben auch viele Hotels. Die haben das Palladium Bavaro, Palladium Punta Cana, Palladium Palace und das TRS Torqueza. Alle fahren durch das gleiche Tor rein und raus. Wir kommen jetzt zur El Cortecito Area. Da ist das Vista Sol. Gefolgt vom Impressive. Hier kippt es langsam um. Impressive ist, glaube ich, das erste Hotel, was ungefähr gleich lange braucht zum Iberia Supermarkt oder aber zur Plaza San Juan. Plaza San Juan. Da haben wir den Sirena Supermarkt. Und da gibt es auch noch ein bisschen Souvenir Shopping. Außerdem ist der Downtown Center mit dem Jumbo und auch Souvenirs und SIM-Karten, Telefon kaufen, Batterien oder so Geschmack für seine Rauchqualmzigaretten. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Das gibt es alles im Downtown Center. In Los Corales gibt es viele Apartments. Da gibt es San Samara, da gibt es Playa Turquesa und genau gegenüber der Plaza Turquesa an der Ecke fährt der Bus. Da kann man also einfach einsteigen in beide Richtungen. Wenn man hochfährt, kommt man super zum Plaza San Juan, zum Downtown Center. Und da fahren auch die meisten, die da unten Apartments haben, hin zum Einkaufen. Die Fahrt ist so ungefähr eine Viertelstunde im Bus und man kann mit dem Bus auch wieder zurückfahren. Das ist sehr praktisch da unten. Hier mal kurz zum Vergleich die Strecke vom Los Corales zum Iberia Supermarkt. 17 Minuten, damit ein bisschen länger als zum Downtown Center. Los Corales liegt zwischen den Hotels, Impressive, und dann das nächste ist erst wieder das Secrets. Dazwischen sind kleine, die Gästhäuser, die Airbnbs und viele Leute wohnen da auch in der Gegend. El Cortecito, günstig ist auch, man kann dort direkt in den Bus steigen. Der hält an der Ecke an, gegenüber von Plaza Turquesa und dann kann man direkt zum Supermarkt fahren. Der Bus fährt in beide Richtungen. Man kann also reinfahren nach Bavaro oder rausfahren zur Plaza Downtown. Und dann kommt schon das Melia Resort. Melia ist da, wo der neue Kathmandu Park auch aufgemacht hat. Nach dem Melia kommt das Lopezan. Da kommt, merkt ihr schon, immer näher ran ans Downtown Center. Und nach dem Lopezan kommt das Barcelo Resort. Und da vom Haupteingang aus, habe ich wirklich schon viele laufen sehen. Man verlässt das Barcelo und läuft die Barcelo Straße lang. Das ist die Straße, die Barcelo auch gebaut hat. Und kann sich eigentlich nicht verlaufen, da geht es nur noch geradeaus. Und dann kommt man direkt zum San Juan Center und zum Downtown Center. Das Barcelo ist das letzte Resort. Und dann geht es weiter in Cabeza de Toro. Da sind die Hotels Dreams Flora. Und ich weiß nicht, ob das Dreams Flora und das alte Dreams Palm Beach jetzt zusammen sind. Weil ich habe das Dreams Palm Beach nicht mehr gefunden auf Google. Aber es ist gleich daneben. Vielleicht haben die das auch jetzt, es ist nur noch ein Resort. Also das Dreams Resort, dann kommt das Be Life, dann Serenade und dann das Catalonia Resort. Und damit haben wir die Hotels abgeschlossen, die hier unten im Downtown Center, im San Juan Center und zum Iberia fahren können. Das nächste ist jetzt Cap Cana, Punta Cana. Hier geht es jetzt ohne Video weiter. Mir fehlt einfach die Zeit. Hier ist der Club Med gleich gegenüber vom Flughafen Punta Cana. Für alle, die hier im Punta Cana, Cap Cana sind, ist der National Supermarkt der nächste. Gleich neben dem Club Med im Punta Cana Resort & Spa liegt das Westin. Gleich neben dem Supermarkt National, könnt ihr sehen, liegt die Blue Mall mit ihren ganzen Geschäften und verschiedenen Restaurants. Und hier mal zum Punta Cana Resort und auch zum Tortuga Bay. Das sind Villen, die man dort mieten kann. Und da werden die wenigsten All-Inclusive-Urlauber sich befinden. Aber einfach mal, dass ihr seht, wie die Area hier aussieht. Und weiter geht es nach Cap Cana. Das Margaritaville liegt am Juanillo Beach. Auch für euch ist der National Supermarkt der nächste. Abgesehen von den kleinen Shops, die es in Cap Cana gibt, die aber einigermaßen teuer sind. Ja, dann gibt es natürlich das Hyatt. Davon gibt es gleich zwei. Einmal das Hyatt Siva und dann das Hyatt Sillara. Die liegen gleich nebeneinander. Und das nächste Hotel dann ist gleich das Secrets Cap Cana. Ein Stück weit darunter ist das Sanctuary Cap Cana. Das war übrigens das erste Hotel, was es hier unten an dem Strand gab. Green Village ist eine Anlage mit Villen, die über Airbnb viel vermietet. Wir haben nur noch gar nicht so teuer. Also der eine oder andere verirrt sich vielleicht auch dorthin. Aber da könnt ihr dann auch schon mal sehen. Hier, ich komme mal weiter runter. Das alles ist Cap Cana. Von da aus ist der nächste Supermarkt der National. Vielen Dank Leute fürs Zuschauen hier bei Punta Cana All You Can See. Ich hoffe, dass ihr jetzt alle wisst, wo ihr einkaufen gehen könnt. Für was immer ihr auch braucht. Rum, Windeln, Sonnencreme. Und ihr nicht mit dem Taxi zu einem Supermarkt gebracht werdet, zu dem ihr gar nicht hinwollt. Sondern sagen könnt, wo ihr hin möchtet. Und genau da landet, wo ihr auch hinwollt. Ich hoffe, ich sehe euch hier wieder nächsten Freitag beim nächsten Video. Wer es noch nicht getan hat, abonniert gerne den Kanal. Schaut rein in die Playlist. Sind schon viele Videos drin. Informiert euch, bevor ihr hierher kommt, ins Paradies. Damit ihr die Zeit auch voll genießen könnt. Bis dahin, macht's gut. Ich hau jetzt ab. Tschüssi. 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 La casa de la bachata La 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 casa del merengue La 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 Y la casa de la bachata Música, música, música Te traigo música Música, música, música Música de la República ¡Ajá!